Klingt euch ein, wir machen alle mit, singt euch ein. Hallo ihr lieben Kinder, hier ist die Gisi wieder. Ich habe gerade mal einen Tomatensalat gegessen und dann dachte ich, oh, ich mache euch auch einen Tomatensalat. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Dieses Lied nämlich ist ein Salat von einem Wort, aber unterschiedliche Betonungen. Jetzt nehmen wir nur die Melodie. Dieser Text ist erstmal nicht wichtig. Hier dieses Lied hat die Besonderheit Dreiertakt. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3 und der erste von diesen Dreien ist ganz kräftig betont. Gut, machen wir einmal gemeinsam vor. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Nochmal. Und jetzt, ich spiele nur die Melodie und wir nehmen, egal welche Silber, wenn ihr wollt, la la la, oder da da da, wie euch am angenehmsten ist. Nochmal. Der erste Hälfte. Das ist die erste Hälfte. Zweite Hälfte. Wieder nur la la la. Zweite Hälfte ist eine kleine Melodie, geht wie Treppen, Stufe für Stufe nach unten. Ich mache vor. Hier geht's los. Da, 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 da. Da, 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 da. So ist der zweite Hälfte. Jetzt mit Begleitung zweite Hälfte. Da, 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 da. Da, 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 da. Jetzt alles zusammen. Immer noch ohne Text. Schön immer mit Tonen. Tomaten. Da geht's los. Da, 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 da. Ah, 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 ah. Da, la, 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 la Und jetzt kommt dieser Salat zusammen. Wir nehmen ein Wort Tomatensalat und hintereinander nur, egal was kommt in der Melodie, werden wir nur Tomatensalat sagen. Ich mache vor. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. So geht das weiter. Egal was kommt, stur bleiben mit Tomatensalat. So, jetzt geht's los. Ah, 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 ah. Tomatensalat, Tomatensalat, Tomatensalat. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Und jetzt ein bisschen schneller. Ah, 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 ah. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Ihr merkt, immer wieder kommt die Betonung woanders hin und das Wort wird fast bis zum Unerkenntlich verschoben. Ja, so und ihr könnt auch andere Wörter ausdenken. Am besten fünf Silbig, ja. Wie zum Beispiel Zitronengetränk. Ja, probieren wir nochmal mit Zitronengetränk. Wie funktioniert das denn? Zitronengetränk. 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 Welche Wörter noch? Musikunterricht. Musikunterricht. Problem. Ah, 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 ah. Musikunterricht, 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 Musikunterricht. Jetzt aber nur einmal schön durch mit Tomatensalat. Schöner, bisschen schnellere Tempo. Ah, 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 ah. Tomatensalat, 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 Tomatensalat. Und jetzt spiele ich nur die Begleitung, dass ihr eure eigenen Wörter kreieren könnt und singen könnt. Ja, geht's los. Ah, 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 ah. Übrigeredoor. Musikunterricht, Musikunterricht, Musikunterricht Wenn ihr das Wort schon sicher habt, dann könnt ihr ein bisschen schnellere Tempo haben. Und jetzt könnt ihr kreieren eure eigenen Wörter. Sucht aus welche und probiert mal. Bis dahin. Tschüss.